Ein herzliches Willkommen zurück bei Black Mirror und wir sind hier dabei in diese Kryptagruft oder wie auch immer man das nennen kann hinabzusteigen und das werden wir nun tun. Die Luft hier lässt sich kaum atmen. Ja, okay. Kommt da noch was? Ah, okay, jetzt. Okay, haben wir auch nochmal so eine Öffnung? Haben wir denn unser Ding wieder mitgenommen? Nein. Untersuchen wir es mal. Es ist die gleiche wie oben. Okay, wahrscheinlich müssen wir, hm, probieren wir gleich. Ich will nur mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Aber sieht nicht so aus. Gut, das war's mit der Kruft. Ich bedanke, nein, Quatsch, Spaß. Jetzt ist die Frage, ob wir das überhaupt rausnehmen können. Okay. Weder die Tür geht zu, noch das Ding verschwindet. Das ist natürlich sehr praktisch. Dann nehmen wir es doch mal. Ah. Sieh einer an. Verflucht. Was war das? Der Eingang hat sich geschlossen. Ich muss ihn irgendwie öffnen. Sonst komme ich hier nicht wieder raus. Ich denke mal, diese Pausen, wo er nichts sagt und wo einfach kein Ton kommt, ist wahrscheinlich auch leider wieder ein bisschen verpackt, weil er hat ja gesagt, was war das denn? Hier ist es zu. Da hätte wahrscheinlich ein Ton kommen müssen, wie das Ganze wieder zugeht. Das ist sehr, sehr schade, dass es hier so ein Problem gibt mit dem ganzen Windows 10. Ich denke mal, unter Windows 7 oder 8 wird es wahrscheinlich das gleiche Problem geben. So, was haben wir hier? Müssen wir natürlich außen rumlaufen, ist klar. Möge Weisheit dir den Weg weisen. Die Heiligen Vier. Im Jahre des Herrn 1243. Okay. Wir haben hier vier Steinblöcke und jeweils vier Bücher. Gehen wir mal eine Reihe nach durch. Man sieht ihn in der Kälte, sonst bleibt er meist im Auge verborgen. Sanft wie das Licht, leicht wie eine Feder. Doch keine Kreatur dieser Welt kann ohne ihn existieren. Ja, hier muss ich dazu sagen, hier weiß ich, dass es auf jeden Fall Luft ist. Wir haben aber unter anderem einmal den Tipp im Buch bekommen, dass eins der Wörter Luft ist. Und zum Zweiten, wenn wir uns das Bild hier angucken, hat dieser Kerle hier einen Blasebalg. Und das alles kombiniert, ergibt Luft. Das ist das Einzige, was ich zufällig kenne. Der Rest weiß ich gar nicht mehr. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Luft. Das geht. Kann man das hier... Ah ja, okay. Da haben wir das L. Was ist denn schon wieder los? Tut mir leid, wirklich. Luft? Wo ist denn das U hier? Okay. Gibt es ein anderes Wort für Luft? Das stand doch so im Bugu. Bin ich jetzt total blöd? Ach, Atem. Ja, gut, okay. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Okay, dann ändern wir das Ganze. Zack. A. T. Na komm. M, M, M. Wo ist das M? Ähm, Quatsch. Das E. Meine Güte. Äh, ich bin glaube ich immer noch ein bisschen müde von unserem kleinen Mini-Erholungsurlaub, der, naja, ähm, wenig Schlaf beinhaltet hatte. So. Es funktioniert. Ah. Möge Weisheit dir den Weg weisen. Okay. Ich denke, ab jetzt wird es ein bisschen schwerer. Zumal wir sehen es auch hier, die Wörter werden teilweise größer. Mal gucken, was haben wir denn hier? Schwarz kauft man sie, rot nutzt man sie, grau wirft man sie fort. Okay, wir haben immer noch, ähm, das hier. Schwarz kauft man sie, rot nutzt man sie, grau wirft man sie weg. Das kann eigentlich nur Kohle sein. Würde ich sagen. Kohle, ja, das passt rein. Oh, das Drehen dauert manchmal ein bisschen lang. So. Ja, das sieht doch gut aus. Zack, und noch zu guter Letzt das E. Zack. Jawoll. Ja, es ist echt sehr, sehr schade, dass hier einfach der Ton nicht funktioniert. Zerstört ein bisschen die Atmosphäre, meine ich mal. Gucken wir mal, wo die anderen... Die Seiten sind gut erhalten. Ich werfe einen Blick hinein. Okay. Ja, dann danke. Man kann es nicht sehen, aber hören. Es spricht nur, wenn man es anspricht. Okay. Das ist jetzt schon ein bisschen... Man kann es nicht sehen, aber hören. Es spricht nur, wenn man es anspricht. Und was soll das sein? Also das Bild... Zwei oder drei Männer? Man kann es nicht sehen, aber hören. Es spricht nur, wenn man es anspricht. Stimme? Würde Stimme hier reinpassen? Aber warum soll das nur sprechen, wenn man es anspricht? Oh, auch nur vier? Nein, dann wird es wohl keine Stimme sein. Lasst mich mal überlegen. Man kann es nicht sehen, aber hören. Es spricht nur, wenn man es anspricht. Ah, natürlich. Natürlich. Das Echo, würde ich sagen. Weil es spricht nur, wenn man es anspricht. Echo kommt natürlich nur, wenn man selber spricht. Das müsste eigentlich das richtige Lösungswort sein. Ich und das gute Ohr. Jawoll. Kann man das abbrechen? Nee, ne? Okay. Weil wenn hier eh kein Ton kommt, kann ich die Animation auch teilweise wirklich überspringen. Aber leider geht es nicht. So, das Letzte. Ich hoffe, das kriegen wir auch noch hin. Aha. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Inwiefern nimmt man was weg? Also ein Fenster mit Dunkelheit. Jetzt möchte ich mal gucken, wie viele Buchstaben wir hier eintragen müssen. Wieder vier. Okay. Ich dachte, es sind ab und zu mehr. Da habe ich mich wohl getäuscht. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Und dann habe ich hier ein Fenster mit... Das sieht aus wie so ein Burgfenster. Was wird größer, wenn man es wegnimmt? Ach, äh. Ja. Wahrscheinlich ein Loch, würde ich sagen. Umso mehr ich buddel, umso größer wird es. Äh. Ja, bisher passen die Buchstaben. Wenn jetzt hier noch ein H auftaucht. Jawohl. Super. Ja. Ich glaube, ich kann hier komplett drüber reden. Hier kommt einfach kein Ton. Äh. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, das würde uns nicht die ganze Zeit... Das Grab von Marcus Gordon persönlich. Ich hoffe, das würde uns nicht die ganze Zeit begleiten. Dann schauen wir mal rein. Was haben wir da drin? Außer Marcus selbst wahrscheinlich. Marcus. Der erste Gordon. Ein Buch. Und das... Kein Mensch heute erinnert sich an den Ursprung des Portals. zwischen den Welten. Den Black Mirror. Diese Aufzeichnung soll als Warnung an jene dienen, die sich blind nach Macht sehnen. Vom Pfad des Schicksals abkommen und ihre Seelen den Kräften des Bösen öffnen. Unser Schlossherr Mordred, ein amoralischer, schlechter Mann, quälte das Volk dieser Länder viele Jahre lang mit seiner Bosheit und seinem Hass. Seine Macht wurde jedoch durch Marcus gebrochen, als dieser vom Krieg gegen die Heiden in fernen Ländern heimkehrte. Mordred, wohl vertraut mit den Gewohnheiten seines Feindes, traf sorgfältige Vorbereitungen, um den Angriff seines Bruders abzuwehren. Wissend, dass selbst die starken Schlossmauern dem Angriff nicht ewig standhalten würden, stieg er in die Gruft unter der Kapelle hinab. Dort, im Herzen der Dunkelheit, öffnete er den Black Mirror und bat die Wesen der Schattenwelt um ihre Hilfe, um sein Schicksal abzuwenden. Er war jedoch nicht der Einzige, der von den geheimen Gängen unter dem Schloss wusste. Durch diese schicksalsschwere Entscheidung gelang es Mordred, die Oberhand zu gewinnen. Für Marcus wurde die Zeit knapp. Während seine Männer um ihn herum starben, begriff Marcus, was er tun musste. Zorn erfüllt kämpfte er sich durch die Reihen des Feindes und in das Labyrinth, das zur unterirdischen Kapelle führte. Dort überraschte er seinen Bruder und hieb mit aller Macht auf diesen ein. Mit dem Zorn der Gerechten traf sein Schwert sein Ziel und kalter Stahl durchstach das Herz des Tyrannen. Der Sieg war zum Greifen nahe. Am Rande des Abgrunds schwankend, nahm Mordred seine letzte Kraft zusammen und sprach seine letzten, verzweifelten Worte. Im Angesicht seiner Niederlage stieß er mit hasserfüllter Stimme die finsteren Verse des Fluches aus. Auf denen deines Blutes, die deinen Namen tragen, soll ein Fluch lasten. Dann fiel Mordred auf die Knie und als er seinen letzten Atemzug nahm, wurde er vom schwarzen Maul des Black Mirror verschlungen. In diesem Augenblick erklang ein ohrenbetäubendes Donnern und die Kapelle wurde von einem blendenden Licht erfüllt. Danach folgte gespenstische Stille. Eines bleibt noch zu tun. Marcus übergab vier Schlüssel der Macht an die Lords der Familie Gordon. Den fünften Schlüssel behielt Marcus selbst. Nie wieder sollte der Schlüssel in die Hände eines Sterblichen fallen und das Tor zwischen den Welten des Guten und des Bösen geöffnet werden. So endet die Geschichte unseres Lords, der uns in den finsteren Zeiten gerettet hat. Möge seine Seele ewig in Frieden ruhen. Isidor Whale in treuem Angedenken an Marcus Gordon 1240 AD Black Mirror Die geheime Kapelle, die im Buch erwähnt wird, muss sich irgendwo unter dem Schloss befinden. Ich werde die fünf Schlüssel suchen und das zu Ende führen, was William nicht gelang. Das muss der Schlüssel sein, von dem William in seinem Tagebuch schrieb. Der erste von den fünf. Richtig. Vier gilt es also noch zu finden. Die Frage ist nur, wo? Wir wissen natürlich, vier Lords. Jetzt ist die Frage, wo sind diese vier Lords? Und die andere Frage ist, wie kommen wir hier wieder raus? Denn hier ist ja zu, glaube ich. Der Weg ist blockiert. Da komme ich nicht mehr heraus. Ich will hoffen, dass es irgendwo noch einen Ausgang gibt. Das können wir nicht mehr benutzen. Das heißt, wir können das Teil auch nicht mehr einsetzen. Hier hinten gibt es nichts. Achso, das war das Buch. Was ist das hier? Okay, ja gut. Da wird wahrscheinlich nichts mehr sein, oder? Die Decke ist hier teilweise eingestürzt. Das Grab ist sehr alt. Okay. Ah. Dunkle Ecke. Da drüben kann ich nichts sehen. Ich bleibe vorläufig noch im Licht. Hm. Haben wir denn nicht irgendwas zum... Nee. Haben wir nicht streichel, so Feuerzeug? Gar nichts. Uiuiui. Aber warte mal. Ein Kerzenhalter. Ich sehe nichts von Interesse. Ah. Sicher nicht? Wahrscheinlich kommt jetzt ein Quietschen und... Uiuiui. Aber wir hören es mal wieder nicht. Oh, das ist echt nervig. Hm. Wo ist sie hin? Okay, jetzt ist aus der Dunkelstelle eine verdächtige Stelle geworden. Ob das klug war? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh. Ich glaube, es ist zum ersten Mal passiert... ...dass wir das Zeitliche gesegnet haben. Oh, nee, doch nicht. Tut mir der Arm weh. Uff. Es hätte allerdings noch schlimmer kommen können. Ich kann von Glück reden, dass ich noch lebe. Denn um es dazu zu sagen, dieses Adventure hier hat Möglichkeiten, dass wir sterben. Ich hoffe, es passiert nicht, denn es gibt kein Autosave. Und das würde bedeuten, in einem Let's Play, wir müssten da anfangen, wo das Let's Play gestartet hat. Das wäre sehr ärgerlich. Ich mache mal aus Sicherheitsgründen. Machen wir das jetzt einfach mal eben. So. Zack. Okay. Was haben wir hier? Wo sind wir hier überhaupt? Sieht aus wie eine Mine, würde ich sagen. Gehen wir mal hier ran. Eine Art Mechanismus mit drei Hebeln. Mit etwas Glück könnte er noch funktionieren. Na denn? Wenn ich bloß die richtige Einstellung wüsste. Ich muss es wohl einfach ausprobieren. Oh Gott. Probieren wir es mal so. Nichts. Die Hebel müssen falsch stehen. Okay, wir machen das jetzt ganz klassisch. So viele Möglichkeiten sind es glaube ich nicht. Also das. Der Mechanismus bekommt keinen Strom. Ja. Dann nehmen wir den Hebel. Den Hebel. Okay, das war schon mal nichts. Dann gehen wir mit dem runter. Auch nichts. Come on. Dann gehen wir mit dem runter. Mit dem runter. Auch nichts. Dann bleibt jetzt dieser Hebel dort. Und der geht runter. Auch nichts. Auch nichts. Ich weiß, es wird ein bisschen dauern. Ich weiß. Auch nichts. Auch nichts. Okay, dann gehen wir mit dem Hebel runter. Und mit dem Hebel runter. Das wäre auch zu einfach gewesen. Auch nichts. Dann müssen wir jetzt die Frage. Oh, das ist jetzt. Ich glaube, es gibt doch mehr Möglichkeiten, als ich dachte. Glaube ich, wenn ich mich jetzt da nicht irre. Okay, wir gehen vielleicht einfach mal weiter. Weil vielleicht gibt es irgendwo eine Anleitung. Ich möchte noch eins probieren. Den. Hallo. Hallo. Mal runter. Den mal runter. Den mal hoch. Nee, auch nicht. Okay. Steht hier was? Nee. Was haben wir hier? Ein verrostetes Ventil. Das könnte die Brennstoffzufuhr sein. Da geht nichts. Okay. Es klemmt. Ja. Dachte ich mir. Hier geht es auch nicht weiter. Oh. Also wenn ich Pech habe, müssen wir jetzt hier echt alle Möglichkeiten durchspielen. Ist natürlich ein bisschen bescheuert. Ein Zaun. Ein Zaun. Vielleicht eine Tür. Ich sehe nichts. Aber der Zaun lässt sich bewegen. Der Zaun ist sehr stark. Mit bloßen Händen kann ich nichts ausrichten. Ah ja, was jetzt? Ein Stromkabel. Oh oh. Ein Stromkabel. Okay. Okay, okay, okay. Gibt es hier denn sonst keine Hinweise? Hier nichts. Es kann nicht sein, dass man ein Rätsel lösen muss, indem man da tausend mal rumprobieren muss. Ist ja bescheuert. Gibt es hier irgendwie einen Tipp, weil das jetzt hier ein bisschen mehr verrostet ist und das ein bisschen weniger verrostet ist? Ne. So hatten wir es auch schon. Okay, gehen wir zurück zu unserem Versuch. Wir waren an dieser Stelle hier. Dann gehen wir jetzt an, come on, diese Stelle hier. Nein. Okay. Auch nicht. Dann muss jetzt, na, muss jetzt der hier runter. Der geht an. Da. Auch nicht. Das wäre zu simpel jetzt gewesen. Auch nicht. Und jetzt müssen wir das Ganze wieder rückwärts machen. Nur mit diesem Hebel hier. Auch nichts. Dann machen wir das mit dem hier noch. Auch nicht. Dann gehen wir jetzt mit dem Hebel hier hin. Mit dem Hebel hier hin. Auch nichts. Mit dem hoch. Auch nichts. Mit dem runter. Auch nichts. Der wird in die Mitte. Der hoch. Na. Irgendwo. Welche Kombination habe ich jetzt vergessen? Ich habe doch alle durchgenommen, oder nicht? Ah. Oder nicht? Ich bin mir sicher, dass ich alle durchgenommen habe. Achso, es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit. Ah, natürlich. Ei, 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 ei. Oh. Ausgezeichnet. Oh. Mit Licht geht alles leichter. Gott sei Dank. Wunderbar. Das sind die Sachen, die ich verloren habe, als ich in den Schacht fiel. Ah, sehr schön. Die meisten sind noch heil. Geldbeutel. Okay. Da natürlich die Schachfigur. Die Tabletten. Die unheimliche Kugeln. Unser Buch, oder eher gesagt, Williams Buch. Natürlich der Schlüssel. Die Kamera ist kaputt. Okay. Ah, und die ganzen Bilder haben wir wahrscheinlich nicht verloren. Okay, dann lass uns doch mal. Ah, ich wollte jetzt eigentlich nach da hinten. Das geht nicht. Aber wir haben hier eine Metallkiste. Hier wird man ein Problem kriegen, denke ich. Ein alter Drahtschneider könnte sich als nützlich erweisen. Ich denke doch, ja. So. Sonst scheint hier nichts zu sein. Ein Seil. Kann man bestimmt auch gut gebrauchen. Sehr schön. Und geht's jetzt da hinten weiter? Es geht nicht weiter. Können wir denn mit dem Ventil nochmal irgendwas machen? Es bewegt sich. Kein Stück, ja. Können wir das Seil irgendwie... Nee, und die Zange logischerweise auch nicht. So, es ist die Frage. Wir haben hier ein Kabel. Ich bin mir nicht sicher, wie klug der Kerl ist. Ob der jetzt einfach sagt, oh, guckt mal. Ein Kabel. Und er fest das Ding an. Aber dann kann ich euch somit zeigen, wie es denn aussieht, in Black Mirror das Zeitliche zu segnen. Schaut doch mal ein Kabel. Ja. Das passiert dann... Samuel Gordon. Also nicht gerade sehr spektakulär, aber eigentlich gar nicht mal so schlecht mit anzuschauen. So, ich als Elektriker weiß, dass das nicht funktioniert, aber ich probiere es trotzdem. Das wäre zu... Okay. Oh, scheiße. Ja, okay. Ich wusste es. Ich war mir nur nicht sicher, ob das mit dem Spiel auch so drin ist. Hm, können wir mit dem Seil irgendwie das Kabel befestigen und weglegen? Nee, da geht nichts. Haben wir sonst was? Eigentlich nicht. Nee. Ja, natürlich hier das tolle Messer. Huh, okay. Hm. Außer... Ah, natürlich. Moment mal. Wir könnten... Er weiß ja jetzt, wo das Kabel ist. So, wir machen wieder aus. Demnach ist Strom aus. Jetzt haben wir hier das Kabel. Jetzt könnten wir eigentlich... Das müsste doch gehen. So, wir sehen zwar nicht, was er schneidet, aber er schneidet uns. Das wird mir den Weg nicht mehr versperren. Sehr gut. Können wir hier wieder anmachen. Und verlassen. Wunderbar. Ah, auf geht's. Abgeschlossen. Verdammt. Können wir hier die Zange... Nee. Abgeschlossen. Der Schlüssel ist auf der anderen Seite der Tür. Ja, dann schneid doch dieses Zeug durch. Na also, geht doch. Ähm, Schlüssel, wie kriegen wir den jetzt? Ich werde versuchen, mit der Hand durchzukommen und den Schlüssel zu nehmen. Ist erledigt. Sehr schön. Du könntest natürlich auch gleich aufschließen, anstatt den Schlüssel ins Inventar zu stecken. Und wir gehen raus. Ein weiterer Schacht. Wie viele es davon hier wohl gibt? Vielleicht schaffe ich es nie wieder, an die Oberfläche zu gelangen. Nein, nein, nein. Nicht so pessimistisch. Das Glas ist immer halt voll. Wahrscheinlich sind sie leer. Aber was auch immer der Inhalt sein mag, er ist bestimmt vom Wasser zerstört. Okay, eine Stange. Das nehmen wir doch bestimmt mit. Sehr schön. Das ist übrigens das, was ich an Adventure liebe. Ein unbegrenztes Inventar mit Zeug, wo man eigentlich schon einen Koffer braucht. Allein die Stange. Wie er wohl gestorben ist. Hat er jetzt... Was hat er da jetzt eingesteckt? Noch nicht, aber das Skelett. Ach, ein Lappen. Okay. Ein Lappen und eine Stange. Die Fässer hier enthalten wahrscheinlich Öl oder Diesel. Dieses ist leer. Okay. Hier ist eine Einschätzstelle. Hier haben wir wieder einen Stromkasten. Die Tür ist abgeschlossen. Passt da unser Schlüssel? Okay. Aufbrechen? Ne, auch nicht. Die Tür ist... Ja, ja, schon kapiert. Ja gut, warum sollten wir jetzt auch einen Stromkasten? Ich wüsste nicht warum. Zum Tunnel. Dann gehen wir mal da lang. Ein Fahrstuhlschacht. Der Fahrstuhl ist meine einzige Chance, an die Oberfläche zu kommen. Hoffentlich kann ich ihn irgendwie in Betrieb nehmen. Ach du meine Güte, das ist ein ganz schön großes Areal. Sie ist sehr rostig, aber immer noch intakt. Sie ist sehr rostig. Ja, ja. Okay, okay. Zum Maschinenraum. Aufzugssteuerung. Kaputt. Natürlich. Irgendwas sagt man, dass ich hier das Ding reinstechen muss. Aber okay, geht nicht. Tränken können wir den Lampen auch nicht. Fahrstuhlschacht haben wir sonst hier nichts mehr. Ja gut. Dann gehen wir einfach mal zum Maschinenraum. Mal gucken, was wir da finden. Ui. Okay, noch mehr Leichen. Sonst scheint hier nichts zu sein. Ein Schwung gerade, ein großes. Früher hat dieser riesige Mechanismus etwas Großes bewegt. Vielleicht hat er den Fahrstuhl bewegt. Ich wollte es gerade sagen. Wahrscheinlich den Fahrstuhl. Und bitte jetzt nicht schon wieder hier hebelgedöns zum Herausfinden. Ich könnte versuchen, die Maschine zu starten. Aber wie? Ich könnte versuchen... Okay, er will es gar nicht probieren erst. Haben wir hier sonst nichts? Kein Hinweis? Kein gar nichts? Das ist alles eins. Okay. Hier nichts. Gut, da ist eine kaputte Leiter. Ich denke nicht, dass wir da irgendwas machen können. Ich könnte hinaufklettern. Aber sie führt nirgendwo hin. Okay. Alles klar. Schon kapiert. Hm. Können wir da irgendwie runter? Ich kann nur einige Meter weit sehen. Vielleicht kann ich den Fahrstuhl benutzen, wenn er nicht auf dem Boden des Schachts zerschellt ist. Okay. Ich habe gehofft, dass wir mit dem Seil... Dieser Teil des Gangs wird durch hereingebrochene Erde blockiert. Da ist kein Vorwärtskommen möglich. Ah, haben wir in den rustigen Behältern was? Er enthält nur Schlamm und etwas dreckiges Wasser. Okay. Also wir haben immer ein Fass. Damit können wir immer noch agieren. Genauso wie mit dem Lore wir agieren können. Aber... Da lässt sich nichts machen. Gehen wir nochmal zurück. Haben wir hier irgendwo was übersehen? Stein. Das Fass war leer. Hier ist nichts. Dieser Gang ist unpassierbar. Okay, auch unpassierbar. Wir haben nur diesen Stromkasten. Und den will er aber auch nicht aufbrechen oder sonstiges machen. Hm. Und hier hinten... Haben wir da nochmal was übersehen? Ich meine, die hatten hier die leeren Kisten. Hier ging es zurück. Ich möchte nochmal zurückgehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da irgendwas... Hallo? Ähm... Übersehen haben sollen. Nee. Ich meine, gut, können wir... Das Ding jetzt aufhebeln? Auch nicht. Und mit dem Lappen... Ja. Ja, okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Hm. Tja, wie werden wir aus diesem Hüllensystem, aus diesem Tunnel, aus dieser alten Mine rauskommen? Das seht ihr dann in einer neuen Folge von Black Mirror. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß an diesem alten, aber wunderschönen Game. Mich interessiert natürlich nach wie vor, was ihr von solchen alten Games haltet. Wolltet ihr eher neue sehen oder auch so Sachen wie diese hier? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen haben sollte. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Black Mirror. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.